Alle, wir spielen Eishockey an einem Dienstag. Guten Abend, Saltan. Hallo Marc. Und guten Abend hier in der Stierkampf-Arena. Noch ist es ein bisschen übersichtlich, aber das wird ganz sicher, denn wir spielen ja auch nicht gegen irgendwen, wir spielen das kleine Derby gegen Erfurt. Freust du dich, Saltan, auch wenn es Dienstag ist? Ja, ich freue mich immer, wenn wir spielen und das kleine Derby ist tatsächlich noch ein zweites neben dem Leipzig-Klassiker geworden und Spiele waren jetzt von unserer Seite nicht immer top, aber es verdient den Namen Kleines Derby auf jeden Fall. Gern gesehener Gast, waren nicht immer die besten Spiele, fängt aber auch damit zusammen, dass Erfurt tatsächlich ein unangenehmer Gegner ist und wir gucken mal, wie die Saale Bulls hier ins Spiel starten. Das war mal ein interessantes Vorchecking von Nimele, einfach vorbeigelaufen, aber trotzdem die Scheibe. Und die erste Aktion zum Tor war noch kein richtiger Torschuss, aber nach 23 Sekunden musste hier die Erfurter Nummer 1, Konstantin Kesser, schon das erste Mal in Aktion treten. Ja, von Goldenbeck gut gelöst. Ist für einen Verteidiger immer äußerst unangenehm. Wenn die Scheibe nicht gezielt zu ihm an die blaue Linie hochkommt, sondern auch. Jetzt wollte ich mich gerade melden und was passiert? Wir schießen ein Tor. Großartig. Ja, da war die Orientierung kurz verloren bei Kessler und auch bei den Verteidigern. Nimele mitbeteiligt, wir haben ein. Ja, das war ein ganz großes Save. Sachen, wo er mitgespielt hat, wo er sich in Szene setzen konnte. Und natürlich das ganz große Save, auch ohne Replay. Ausgleich. Lag jetzt nicht in der Luft, so lag das erste Tor aber auch nicht in der Luft. Und daher, zwei auf eins Situationen sind wir schlecht, wenn man nachlaufen muss. Ja, jetzt wo man es im Replay sehen kann, könnte man vielleicht sagen, der Verteidiger muss schon einen Schritt weiter rüber gehen und dem Torhüter die Scheibe lassen und den Pfleger kontrollieren, weil doch ganz schön Bedrängnis da war vom Backchecker. Aber das ist natürlich jetzt einfach gesagt. Roman, Blitzstart von uns, ganz schnell das 1 zu 0. Jetzt gab es ganz kurz den Schluss, den Ausgleich zwischendurch. Sah es dann aber schon schwierig aus, ein bisschen zäh heute. Ja, gefühlt ist das erste Drittel bis jetzt komplett zäh. Aber auch von beiden Mannschaften, ich denke nicht, dass irgendjahr so richtig Kontrolle über das Spiel hat. Ja, hoffentlich sehen wir besseres Hockey im zweiten Drittel. Dann, gute Pause, Dankeschön. Weiter geht's. Da haben wir uns gegen den Kremlitz der Erfolgebeginn. 2. bis 13. Ich freue mich vor Unterstützung von Hübner Automobile, Ihrem Sehens-Pakai in der Berliner Straße. So, Saltern, wir fangen wieder an. Wir spielen 4 gegen 4 und Halle durch Malasek vorne. Hier gutes Vorchecking, kluger Pass vor das Tor, Zuordnung stimmt nicht. Und ja, da kann Konstantin Kessler nichts machen. Also das geht richtig runter, sieht die Scheibe hier gerade nicht mehr. Aber ist rechtzeitig wieder da und war intuitiv eigentlich in der richtigen Ecke. Die Strafe bleibt natürlich in der Uhr, weil beide Mannschaften gleichzeitig Strafe bekommen haben. Ein Reflex. Aber das 4 gegen 4 geht, was die Feldüberlegenheit betrifft, aktuell eindeutig natürlich an die Saale-Bels. Sehr, sehr schönes Tor. Jetzt scheint es dann doch mal in die Puschen zu kommen. Über das Tor freue ich mich besonders, weil es ein Mix war aus Konzentration und trotzdem das Ziel, den Puck zu bekommen. Also es wurden Schüsse genommen, es wurde nachgearbeitet und das war ein Fleiß-Tor. Über die freue ich mich besonders. Und im 4 gegen 4, Halle aktuell mit zwei Toren. Immer konzentriert geblieben, trotzdem den freien Mann gesehen, Nimele sowieso. Und hier weitergearbeitet. Sehr schön. Sehr konzentrierte Leistung, gutes 4 gegen 4 von Halle. Mehr Torschüsse und Tore als bisher im Spiel. Luis Anders ist bei uns. Jetzt war es im ersten Drittel ein bisschen zäh, dann war es lange ausgeglichen. Jetzt führt Halle 3-1. Was ist passiert? Ja, ich glaube, wir haben gut das zweite Drittel angefangen. Dann jetzt beim 4 gegen 4 zweimal unnötig, unkonzentriert gewesen. Und das kostet gleich zwei Tore. Und das ist sehr, sehr bitter. Weil ich glaube, wir kämpfen. Aber ja, genau. Noch gibt es 20 Minuten zu spielen. Was ist der Plan? Ja, reinhängen, Schüsse aufs Tor. Und dann wird es schon. Und konzentriert bleiben, immer dran glauben. Und ja. Seht ihr eine Schwachstelle irgendwie im Halleinserspiel? Ja, ich denke, wenn wir unseren Vorcheck zurückziehen, wie wir wollen, dann haben die schon ab und zu Probleme. Aber ja, das müssen wir erst mal machen. Dann kommen die Chancen von alleine und dann wird es auch mal reingehen, das Ding. Und dann steht es 3-2 und dann wird es auch mal eng. Danke, ruhige Pause. Danke. Und dann wird es auch mal gewonnen. Da machen wir das Vorchecking gleich mit zwei Leuten. Sehr guter Puppe. Sehr gut. Super. Ganz stark. Irres Tor. Den Puppe gestohlen direkt. Gestohlen. Erst verloren, dann gestohlen und dann das Tor. Also sehr, sehr schöne Aktion von ihm. Großes Tor. Ja. Das war ein guter Tor. Fleiß und Technik zusammen ist eine Top-Kombination im Eishockey. Das war tatsächlich ein wunderschönes Tor. Das macht auch gute Penaltys. Kein Vorwurf an Konstantin Kessler. Hat er gut gemacht. Hat er einfach gut gemacht. Die Saale-Bull ist nicht gut gearbeitet. In der linken Ecke nicht, in der rechten Ecke nicht. Das ist das, was ich gesagt habe. Bei fünf gegen drei ist es vor allem entscheidend, die Scheiben nachzugehen. Die zweite und die dritte Scheibe zu bekommen. Und da ist er auch schon drin. Bleibt also auch trotzdem, trotz des Tors bei Überzahl, wenn noch zwei Strafen in der Uhr sind. Jetzt sicherlich schon eine kleine Vorentscheidung, ohne das Spiel abzuhaken. Aber wird nicht einfacher für die Gäste aus Erfurt. Ja, auch wieder kein Vorwurf an Konstantin Kessler. Macht ein gutes Spiel. Und durch die Beine. Da braucht man aber ein Upgrade im Stream. Das sieht nicht jeder. Ach so. Ach so. Ist da ein In-App-Kauf im Stream. Liebe Kollegen von SprayTV, das müssen wir realisieren. Aber nein. Tor. Sehr schöner Pass von Erik Hoffmann. Soll jeder sehen aus jeder Perspektive für das Geld, was draufsteht. Tor für die Saale-Bulls. Gut ausgestochen. Hier haben alle den Schuss erwartet. Kurz unsortiert. Und sogar noch Zeit zum Annehmen. Und der Kollege weiß, für wen er sich zu bedanken hat. Guter Block von Becker. Hätte dem Markt gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Dann doch noch viele Tore. Gutes Spiel der Saale-Bulls ist dann noch geworden. Und entscheidend war sicherlich das 4 gegen 4. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs. Und wir hören uns am Freitag vor. Vielleicht zwei, drei Zuschauern mehr. Macht's gut. Tschüss. Es geht sie. Nach der Nordse Infektion. Das sehen wir như Untertitelung des ZDF für funk, 2017